Hi, hier ist AffinityJack und heute zeige ich euch, wie man an einem verregneten Tag dieses kontrastarme Bild doch noch ein bisschen aufbessern kann. Ja, hier war ich in den Alpen. Es regnete, was man vielleicht auf dem Bild jetzt nicht so richtig erkennt, aber es regnete und damit war eigentlich der total kontrastreiche Felsen mit seinen vielen Erhebungen und Vorsprüngen im Bild kontrastarm. Ich fand es aber für mich persönlich ein so ein schönes Erlebnis, dass ich dieses Bild jetzt nicht wegschmeißen möchte, sondern irgendwie noch retten möchte, um mich in Zukunft dran zu erinnern. Ihr habt vielleicht ähnliche Bilder und insofern gehen wir das Ganze mal gemeinsam an. Zuerst gucke ich mal auf den Himmel, der trotz alledem, obwohl ich ja recht unterbelichtet habe und obwohl es geregnet hat, durch seine Gleichförmigkeit ausgebrannt ist. Also werde ich mal versuchen, die Lichter hier aufzuhellen und zu gucken, was noch zu retten ist. Dazu gibt es einen Filter, Lichter und Schatten und jetzt gehe ich mal mit der Lichterstärke runter und guck mal, was im Himmel passiert. So sah es schon eher aus, aber eigentlich waren die Wolken noch dramatischer. Wie kann ich das machen? Ich kann einfach diesen Filter noch einmal ansetzen. Das geht jetzt in der Schnellvariante mit Command und J. Jetzt habe ich den Filter hier zweimal drauf. Ich mach den nochmal weg. Und jetzt habe ich eine Aufdoppelung des Effekts von ihm. Wenn ich jetzt beides weg mache, sieht man, was ich damit erreicht habe. Die Wolken sehen doch ein bisschen mehr nach Regen aus. Dieser Bereich, der ist natürlich verloren, den habe ich versaut. Hier ist alles ausgebrannt, da ist nichts zu retten. Aber in diesem Bereich kommt wieder ein bisschen was hervor. Also was mir auch sofort auffällt oder einfällt, ist, dass hier der Filter Klarheit was bringen kann. Denn Klarheit schärft ein bisschen, aber er bringt vor allen Dingen auch Kontrast. Und Kontrast ist ja das, was hier fehlt. Also gehe ich mal rauf. Würde ich mal empfehlen, auf irgendeine Stelle zu achten. Also ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Auf irgendeine Stelle zu achten und zu gucken, was passiert, wenn man das Ganze hochzieht. Also man kann es sogar sehr hoch ziehen. Also auch hier passiert gerade sehr viel. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ganz so 100%, also vom Gefühl her würde ich eigentlich 100% nehmen wollen. Aber ich glaube, das wäre zu viel. Ich gehe mal hier so auf diesen Wert in etwa. Möchte jetzt, aber jetzt habe ich auch den Himmel geschärft. Also diese Wolken und die sehen dann jetzt so HDR mäßig aus. Das möchte ich nicht. Also bei den Wolken möchte ich es wieder raus maskieren. Insofern nehme ich mir einen Pinsel, volle Deckkraft, ganz weich, Farbe schwarz und muss jetzt gar nicht so sehr aufpassen, sondern gehe hier so ein bisschen hier so drüber und hole dir diesen Kontrast und diese Schärfe aus diesen Wolken wieder raus. Nun sind mir die beiden Berge, links der hier und rechts der hier, die so im Vordergrund sind, doch ein bisschen zu dunkel. Also die möchte ich jetzt selektiv aufhellen. Dazu werde ich erstmal eine Auswahl erstellen. Also ich muss wieder auf das Foto rauf, nehme den Auswahlpinsel und erstelle mal eine grobe Auswahl. So, das war jetzt zu viel des Ganzen. Jetzt kann ich mit der Options-Taste, wenn ich da wieder reinklicke, wieder was von der Auswahl abziehen. Also ich mache den Pinsel mal kleiner, denn reagiert er auch nicht gleich so heftig. Dann schaltet man die Empfindlichkeit ein bisschen runter. Also ich nehme das hier mal wieder raus und den Vordergrund möchte ich auch nicht. Ich würde es mal in etwa so machen und gehe jetzt mit dieser Auswahl auf die Belichtungseinstellungsebene. Und dann gucke ich mal, was hier so passiert, wenn ich das ein bisschen hochziehe. Also ich glaube, das reicht schon. Ich achte auch gerade hier drauf, ich habe jetzt hier eine wilde Kante mittendrin eigentlich, dass es nicht so auffällt, aber ich bin der Meinung, es fällt nicht auf. Insofern gucke ich mir das jetzt noch mal an, vorher, nachher und finde, es fällt hier nicht so auf. Ein weiterer Schritt, um Kontrast reinzubekommen, ist ganz einfach die Helligkeit und Kontrastebene. Wähle ich die mal aus und ziehe mal den Kontrast hoch und automatisch sieht man, wird auch das Bild dunkler. Das ist so und deswegen hat es auch seinen Sinn, dass der Helligkeitsregler in der gleichen Anpassungsebene drin ist. Damit kann man es dann wieder ausgleichen. Also ich würde jetzt etwa so rangehen und glaube, auch diese Einstellungsebene hat doch gehörig was gebracht. Also jetzt fängt es langsam an, dass man sich vorstellen kann, dass doch Kontrast da ist. Leider hat dieses Licht auch dafür gesorgt, dass die Farben relativ matt sind. Also die Bäume, die haben eigentlich so ein gelblich-rötliches Laub gehabt und auch hier zwischen waren so gelblich-rötliche Bäume. Aus meiner Erinnerung, vielleicht rede ich mir es auch nur schön. Jedenfalls möchte ich das jetzt wieder herstellen. Das kann ich machen mit einer selektiven Farbkorrektur. Ich habe dazu mal ein Tutorial gemacht mit realistischem Herbstlaub erstellen. Diese Methode wende ich jetzt hier in Teilen wieder an. Also ich nehme mal die Gelbtöne, denn hier ist letztlich ganz viel Gelb drin. Und bei den Gelbtönen möchte ich das Zyran entfernen und das Gelb reinsetzen. Und augenblicklich sieht man überall, wo jetzt letztlich Gelb drin war, dass es rot wird. So, diese Rotfärbung möchte ich eben auch haben. Allerdings nicht überall. Und deshalb werde ich jetzt diese Anpassungsebene invertieren mit Command und I. Nehme mir einen Pinsel. Farbe weiß. Und male mir jetzt diese Farbe dort rein, wo ich es haben möchte. Ich wollte es ja hier so ein bisschen auf so ein paar Bäumen haben. Und male jetzt nur mal schnell für das Video ein paar Stellen rein. Also ich wollte es natürlich nicht auf das Gras. Aber hier drin so ein bisschen kann es eigentlich nicht schaden. Also sieht es eigentlich ganz gut aus. Man müsste jetzt ein bisschen ordentlicher arbeiten, damit man nicht die ganze Wiese hier auch gleichzeitig so rot einfärbt. Aber das würde jetzt für das Video zu lange dauern. Ich zeige euch nur mal, wie dieser Effekt so funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, ich verlinke jetzt oben mal ein Tutorial, wo ich zeige, wie man das detailliert macht. Auch hier kann ich schon mal ein Vorher-Nachher zeigen. Was man noch machen kann, ist, dass dieser Rasen oder Moos, was sich hier so an den Felskanten so befindet, dass man das auch so ein klein bisschen grüner macht. Also ich glaube, die Farbe stimmt zwar, so wie sie jetzt ist, aber im Sinne des Kontrastes, den ich ja wieder herstellen will, so als wenn mehr Licht da gewesen wäre, würde es ja mehr leuchten und mehr Farbe haben. Und das erreiche ich mit einer zum Beispiel, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, fallen mir da ein, aber die schnellste, glaube ich, geht hier mit HSL. Ich nehme eine Pipette und nehme dann hier so eine Farbe auf. Jetzt hat sich dieses Farbspektrum verändert, weil es geht ja so ins Rötliche, ins Herbstliche hinein. Und jetzt werde ich diese Farbe mal verschieben, mehr ins Grüne. Das ist schon zu heftig eigentlich, aber so in etwa stelle ich es mir vor. Wird durchaus noch ein klein bisschen Sättigung dazu geben, aber gleichzeitig, damit es mir nicht zu frühlingshaft wird, weil jetzt sieht es eigentlich nach Frühling aus, gehe ich mal mit der Helligkeit ein bisschen runter. Sagen wir mal so. So, auch hier habe ich jetzt ja alles grüner gemacht, wo in irgendeiner Weise grün und gelb und rot drin war. Also zum Beispiel ja auch das Herbstlaub, was ich gerade eben gemacht habe. Ich zeige es mal. Habe ich damit erfolgreich vernichtet gerade. Insofern invertiere ich diese Ebene auch, so wie davor und nehme mir wieder den Pinsel Farbe Weiß und male jetzt selektiv das hier wieder rein. Also nur da, wo ich etwas grünere Flächen haben möchte, male ich jetzt dieses Grün rein. Mache ich jetzt für das Video auch jetzt nur mal schnell. Also ich möchte nicht alles hier grün haben, sondern nur so ein bisschen, damit es so ein bisschen mehr Akzent hat. Also mir wirkt es nicht nur kontrastarm, sondern auch irgendwie so farblos. So, auch hier zeige ich mal vorher, nachher. Und mir persönlich gefällt es so besser, auch wenn es jetzt nicht der Riesenunterschied ist. So, jetzt habe ich hier ein Problem, was man vielleicht in dieser Ansicht nicht so richtig sieht. Aber ich sehe es und ich weiß, dass es da ist. Insofern stört es mich auch. Wo starke Kontrastgrenzen hell und dunkel sind, entstehen Farbsäume. Und zwar immer dieses Lila und dieses Grün. Aber auch das ist kein Problem. Das kann man ganz gut entfernen. Ich fange mal damit an, indem ich erstmal einen Screenshot mache. Dazu muss ich zwei Ebenen mindestens markieren, damit dieses neue Menü kommt. Und da gehe ich auf Sichtbare zusammenlegen. Und dann legt ihr allerdings alle zusammen und nicht nur die beiden, die ich gerade markiert habe. Und hier kann ich jetzt nämlich einen Live-Filter Farbsäume entfernen drauflegen. Jetzt habe ich automatisch eine Pipette. Und jetzt gehe ich mal auf dieses Violett. Und automatisch hat er dieses Violett, wie man hier sieht, entfernt. Und dann kann ich noch sagen, die Komplementärfarbe entfernen. Die ist nämlich in dem Fall hier das Grün. Und dann entfernt er auch das Grün. Man könnte jetzt noch nachjustieren, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich hoffe, in der Auflösung sieht man das bei euch. Ich ziehe mal jetzt noch weiter ran. Also klar, wenn jetzt die Kanten so ein bisschen ausgefranst. Aber was er ganz gut gemacht hat, er hat die Farben entfernt. Ich zeige mal hier vorher und nachher. So, und was ich jetzt so meine mit Kontrast wiederherstellen an so einem Regentag ist, also ich habe es ja versucht zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie ich richtig das in Worte kleiden soll. Dadurch, dass ja gar kein Licht da war, ist alles gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich habe zwar jetzt so ein bisschen Kleinkontrast wiederhergestellt, diesen Mikrokontrast. Und jetzt will ich größere Kontrastflächen herstellen, indem ich Licht und Schatten reinmale. Jetzt kann man mir entgegenhalten, aber wenn die Sonne nicht scheint, hat man das ja nun mal nicht. Aber das muss jetzt jeder für sich selbst anscheinen. Vielleicht, ich mache es jetzt auch mal ein bisschen heftiger, damit man sieht, worum es geht. Ihr müsst es ja nicht so heftig machen. Ihr könnt es ein bisschen mit verringerter Deckkraft machen. Oder ihr lasst diesen Schritt ganz weg. Also mache ich mal Dodge & Burn und fange dann eben auch gleich an mit Abwedeln. Abwedeln also aufhellen. Und wähle mir jetzt ganz bewusst die Lichter aus, damit ich mir hier tatsächlich nur die hellsten Bereiche aufhelle und die dunkelsten immer noch dunkel lasse. So, fange ich mal an. Ich habe jetzt eine ziemlich hohe Deckkraft. Wie gesagt, das mache ich jetzt nur, um es hier mal zu zeigen. So, gedacht. Man sieht es ja auch so ein bisschen. Kommt die Sonne aus der Richtung und würde hier rauf scheinen. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich gucke, wo wäre jetzt Sonne, ohne dass ich jetzt hier Sonne imitieren will. Und da male ich einfach Licht hinein. Und damit kriege ich auch Kontrast. Nicht den Mikrokontrast, sondern den, ja, weiß gar nicht, ob es da für einen Begriff gibt, diesen größeren Kontrast, den eben Licht und Schatten nun mal herstellen. So, das mache ich jetzt erstmal nur so an ein paar Stellen, um es jetzt zu zeigen, worum es mir geht. So, und dieser Senke hier zum Beispiel noch hier oben am Gipfel, an dieser Felskuppe wäre sicherlich Licht. Und diese ganzen abgewandten Seiten sicherlich wären eher im Schatten. Also insofern, hier auf dem Kamm gleichzeitig erreiche ich damit, das hatte ich vorhin schon im Blick dabei, wenn ich hier diese Rasenflächen, die ja so bräunlich-rötlich schon waren, dadurch, dass ich die jetzt grün gefärbt habe, wirken sie jetzt meiner Meinung nach dann auch nochmal ein bisschen freundlicher. Ja, sofern man bei dieser schroffenen Felslandschaft überhaupt von freundlich sprechen kann. So, in diesem Bereich, ich zeige es jetzt nur mal abgekürzt, wäre sicherlich Licht und deswegen bearbeite ich das auch so nach. Auch hier würde garantiert mehr Licht drauf fallen. Und ich möchte noch die Bäume hier ein bisschen mit mehr Licht haben. Ich gehe mal mit der Deckkraft noch höher, damit es schneller geht. Beim Dodge & Burn sollte man aber eigentlich die Deckkraft nicht so hoch nehmen. Also ich zeige mal schon mal jetzt einen Vorher-Nachher-Effekt. Wie gesagt, ich bin mit hoher Deckkraft rangegangen und zeige jetzt mal auch den gegenteiligen Effekt, nämlich das Nachbelichten, also Burn. Da gehe ich jetzt mit der Deckkraft aber doch mal ein klein bisschen runter und mache jetzt genau das Gegenteilige, nämlich da, wo der Schatten tatsächlich ja sein muss eigentlich. Diese Bereiche mache ich jetzt mal ein bisschen dunkler. So, das ist eine Arbeit, mit der man sehr viel Zeit verbringt normalerweise und die mir total Spaß macht, wenn man jetzt eigentlich anfängt, so ein Bild zu gestalten. Also sicherlich hier Fake, weil die Lichtverhältnisse ja anders waren, es regnete. Aber wie gesagt, für mich, ich habe hier schöne Erinnerungen an diese sehr anstrengende Wanderung. Bin hier schon ziemlich weit oben eigentlich und möchte mir diese Erinnerung auch mit einem schönen Bild in Erinnerung behalten. Auch wenn das jetzt für andere nicht so emotional ist. So, ich höre an dieser Stelle jetzt mal auf. Was ich noch machen würde, ist den unteren Bereich, diesen Kieswanderweg hier. Den würde ich noch ein bisschen dunkler machen, damit der nicht so ablenkt. Und das gleiche würde ich auch hier unten machen. Praktisch so eine Mini-Wegnette hier nur im unteren Bereich, damit es nicht so ablenkt. So, ich zeige euch mal, was wir jetzt alles verändert haben. So begann die Bearbeitung und so endete es. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr könnt ähnliche Bilder, die für euch so einen Wert haben, nachbearbeiten. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.